Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077, da sind wir jetzt noch mal. Let's see. Ich hab wohl gar nicht zu aufgepasst, was ich gesagt habe. First place, by a landslide. Here, one at Ferentz Square. The hell? Not fucking possible. Not gonna lie, I'm impressed. You know, Sixth Street could use a few more shooters like you. I'm sure Gunner'd like to meet you. Take you under his wing, probably. Ach so, okay, it's hot. Flattered, really, but I gotta say no. Not for me. Understood. We had a little fun today. Drank together. But I see you on the street later, it won't make no difference. You're either with us or against us. I'll keep that in mind. And for the winner, with Gunners congratulations. Woohoo! NUSA! NUSA! And now, let's drink! Sixth Street! Sixth Street! Das gefällt mir doch schon ein bisschen besser, dieser Ausgang. Mission abgeschlossen, Stadium Love. Finde ich besser. Finde ich besser, als hier alle abzumurksen. Schliesslich, haben wir jetzt eine Waffe bekommen? Boom, Gewehr. Kategorie 4, ikonisch. Die Weite, we stand. 16, 22, also besser als unser Sturmgewehr sogar. Aber der Nova Revolver, naja. Ah ne, das ist eine Smartwaffe. Shit. Aber ikonisch, ich glaube die zwei muss ich zu Hause nochmal vielleicht ins Lager packen. Mal schauen. Vielen Dank, vielen Dank. Wie kann ich hier eigentlich tanzen? What? Call yourself a city girl. Ne, kann ich nicht schauen. Weil die Musik ist noch schön wie hier läuft. Aber hier gibt es sicherlich noch mehr zu sehen, als jetzt nur dieser Wettbewerb. Und der nicht. Den River Dog haben wir gefunden. Hier ist noch ein Schnellreisepunkt. Ich würde mich noch kurz umschauen. Okay. Also wenn der Aschentod. Ich kann das öffnen. Oh, 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 oh. Schade. Sieht nämlich noch schön aus. Aber man kann es irgendwie auch nicht scannen. Aber wieso bleibt es schon jetzt hier? Alles okay. Hey Joe, Sie haben gehört, die Kerle haben dein Bike geschossen. Fuck, tut mir leid. Weiss nicht, was in die Gefahren ist. Bin froh, dass es dir gut geht. Hör zu, ich weiss, dein Offen hat dir viel bedeutet. Aber du musst die Sache vergessen. Im Ernst, die Tigers machen keine Witze. Nein. Neue Mission, Highwayman. Lass mal sehen. Wenn da raus, was mit Josie passiert ist. Wenn der James. Sag doch, hier gibt's doch irgendwas. Ich bin jetzt aber wieder draussen in... Ja gut, lassen wir jetzt erstmal. Und ein Polizeiauto gibt's auch noch hier. Was haben wir hier? Ncpd. Deshalb steht das Auto da unten. Lucas McClintock und Jimmy Fallon. Also... Hast du die Ware? Jupp, 18 Kilogramm. Wir hatten 45 ausgemacht. Ja, ich weiss, aber wir müssen vorsichtig sein. Das sind Beweismittel und es kann in der Zentrale immer zu Überraschungskontrollen kommen. Ich dachte, dass das eine ernsthafte Zusammenarbeit ist, Officer. Wenn man sich auf dich nicht verlassen kann, reg dich nicht ab. Wir finden schon eine Lösung. Oh, das werden wir garantiert. Wir treffen uns an der üblichen Stelle. Nur ihr zwei, sonst niemand. Und das Auto parkt ihr ein paar Straßen weiter. Aus der Sichtweite. Verstanden? Okay. Wir wollten Drogen kaufen. Und das lief falsch. Sorry. Naja. Das NZBD ist auch hier nicht sicher. Moin. Wir haben hier doch bestimmt irgendwas bewacht. Shit. Alter. Holy... Okay, das ist jetzt wieder ein Bug. Und ein Mut. Ich seh's. Wir müssen kurz hier wegfahren. Der eine Mod bringt nichts Gutes mit sich. Eigentlich hab ich extra fix dafür installiert, aber offensichtlich bringt das nichts. Dann muss ich den wieder rausnehmen. Dann muss ich den wieder rausnehmen. Ja. Das war's. Das war's. Du bist in zwei Parted-Way. Oh, schau, es ist eine lange Geschichte. Hörst du einfach über. Ich bin hier. Ja, wenn wir diese Mission nicht priorisieren, ob so Mitch sterben würde. Ich glaube, sie ist Mitch. Deshalb waren wir halt wieder in die Ferne. Ich komme zu Nirg-Nirg-Nirg-Zu. Nichts. Ich komme zu Nichts. Ich möchte zwar die Berlins hinter mir lassen, für einen kurzen Augenblick zumindest, aber... Da sehen wir leider schon wieder. Schrecklich. Ich meine, Pennen können wir ja nichts einschlagen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin nicht mehr da. Mann. Ich bin mehr da. Vier ist echt neu. Keine Ahnung, es ist absichtlich. Allerdings ist das nicht so das richtige Auto für Quellen von deinem Fahrrad. Hier sind wir, Adam. Alles gut. Wie? Es ist gut, dass du hier bist. Ich hatte keine Idee, dass du und die Aldecaldos haben. Sie fortsetzen, um meine Gears zu machen. Aber, du weißt... Sie sind Familie. Genau. Was ist passiert? Spit es raus. Die Wraiths haben Saul genommen. Die Brickbrain venturte mit einer kleinen Patrol und nie wieder zurückgekehrt. Ich bin sicher, es waren Wraiths. Wir sehen uns, dass sie ihre Campen haben. Wir wissen, dass sie ihre Prisoner haben. Including jemanden wichtig. Wir brauchen Saul zu retten. Ich weiß nicht warum, aber... Ich fühle mich, dass ich auf dich kann. Klar. Sie und ich sind? Ich dachte, das war klar. Ich habe ihren Räumen abgehängt, oder? Ich will es und ich frage mir ab. Ich bin sicher, dass sie wegfragen. Ich bin sicher. Ich habe sichergestellt. Ich habe trotzdem auf jeden Fall, ich bin sicher, dass du nochmal bestern Sieg von nem mitch will walk you through the details okay dann ist doch so der geknabt wurde denn so wie das auch so befreit panam and v what's going on there after what happened scorpion she shows up here guess probably for so ignore that seriously you really aim to do this someone has to you know you have a piston missing right someone has to come at the raper dog gundy where's mitch he was supposed to meet me here he'll be here any minute huh you never mentioned seeking outside hope we can use all the help we can get so lehn dich ans auto their problem just that if we're looking outside we must be a hot mess inside that's why we'll go in quiet a frontal assault would be suicide mitch is already setting up recon v will sneak into the wraith's camp while i'll be her guardian rifle not going in quiet two's all you need it's not that i don't want to go to serve some raffens up some justice it's just look around the last attacks left barely half of us standing our supplies are stuck outside god damn reno and our gear don't get me started we're up shit creek static and i don't know if we're ever gonna find or fashion a paddle try as we might reader gets nabbed and you what hope for the best rather not think about what you do for the ones at the bottom of your food chain you're asking for trouble leave it she has a right not to understand that called mitch i floated a drone over the wraith's camp will you take a look or would you rather keep mouthing off mitch how you been wishing duct tape could right all the world's wrongs and hey it shouldn't be me occupying your thoughts but sol you taking a look or not let's see what we got here the raffens can't see it active camo but that practically inhales battery juice so make it quick they found an abandoned cement plant to squat in with a mass of heavy gear locusts would be a better name for them they fly into a place strip it of all it's got then move on but this time do you see the wall they've added some primitive security measures it points to them aiming to stay longer the question is why who knows for sure but i would guess that sol is part of the reason if he's still there we have to find a way inside that guard post is probably connected to the rest of the camp our way in maybe but there are also breaches in the wall lightly guarded sections do you see the tracks tire tracks their vehicles were moving heavy freight it could have been equipment either that or sol's not their only prisoner the tracks lead to the truck can you scan it that's probably the one they kept sol in and we take track okay the main building there sol must be inside quite a spread be like looking for a diamond in a hail storm if they haven't scrapped and gutted the place for parts you could access the local cabinet you would just need to find the control room the skywalk it connects the garage to the main structure that's a lot that's a lot shall shits okay got some stuff to work with now is everything clear let some things up just to be sure sheesh okay the raffens captured sol they're holding him somewhere inside their base we are the cavalry riding to the rescue hoping to make it in time you will strive to slip into the camp while i cover you but we'll let bullets fly only as a last resort they are many we are few so we'll need to look for any chance to gain the upper hand you will pull sol out and the three of us will ride away at top speed all clear now all right all right let's go get some perfect mitch is the van prime i did what i could take a tour sorry okay okay i'm just wondering if this works okay it's still a job i'm mostly improvised actually either way it'll have to do hold on a minute i got one more thing if you find saw hasn't flatline you'll probably need this spike super jet a rhino dose it should speed up saw central pump you hope so doubt i could carry him on my back so that should be everything v will you ride with me yes course i'm going with you okay you take the wheel want me driving yep i need to fiddle with my scope a bit okay waves are synced up to the sound of 18 28.9 pacific dreams hmm i can wait can we not go there we can even have a radio in here take it for a spin if you like oh yeah i can wait oh yeah I still can't believe he let himself get captured. Anyone else? But Sol? You said yourself he's not at the top of his form. Yes, but moving civilians across the border during a bombardment? Hijacking a Petrochem tanker? Opening the valves? Cranking a few figure eights to set the desert ablaze and give the kids a fun show? That's the Sol I remember. All had our idols. I know. I don't know. It's just... Mmm. Holy... Do you see that? That is one hell of a storm! Looking... Bad. Oh, it's bad in more than its look. We have to move quickly. Stay as young. Okay. We need to hide the car. Park beside that outcrop. Okay. Okay. I'll find a place to roost and keep you in sight. You just watch yourself down there. Okay. Ich würde sagen, wir infiltrieren das Lager in der nächsten Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. ihr Number one. 4 Gangue Eles Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020